Musik 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 Hello guys, welcome back to Nagpur Iswat. I am your host, Suraj Kewat. Friends, today we will take you to Nagpur, a special place in Nagpur. If you have seen the video on the YouTube channel, you will also get the option available in Nagpur. Today we will come to Old Champaran Mutton House. We will show you the full making of Champaran Mutton. We will show you the full making of this mutton. We need to see you in the end. This is 2 kg of mutton. 200 grams of milk. 200 grams of milk. It is a mustard. We will put it and remove it and remove it. Then we will put it. We will add the milk and use it as well. We will use the milk as well. We will make it as well. We will make it as well. If we need some spicy meat, we will add it as well. We will add it as well. The meat is now started. We will add 700 grams of meat on the meat. We will add 500 grams of garlic paste. We will add 200 grams of garlic paste. We will add 200 grams of garlic paste on the meat. We will add 200 grams of garlic paste. This is our special masala. It is the same masala. The other masala will add to the meat. Das ist die Masala, das ist die Masala, das ist die Masala. Mittern im Bihar Mittern in die Küche mittern an die Küche mitternen und wie viel Zeit ist der Handi? 1.40 Uhr mitternen 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 Das ist die 200 g. Das ist die 200 g. Die einem 2 kg hundi wird 1200 g. Und die Masala von den 2 kg ist ein, dann kann die 2 kg werden. Die 200 g ist der 200 g. Die Masala werden mit den Masala in den Masala kommen. Und dann wird die Masala mit dem Masala verwendet. Wie kann das die Masala mit dem Masala auszahlen werden? Es gibt 10-15 Kilo. Es gibt auch 300 Kilo. Es gibt 4 Roti, 1.5 Rai und 200 Gramm. Ich habe einen Ruhm. Wenn jemanden ein Ruhm, dann ist es 16 Ruhm. 16 Ruhm? Ich habe einen Ruhm. Wir haben hier die Ruhm. Ich habe einen Ruhm. Ich habe einen Ruhm. Jetzt ist die Masala. Jetzt ist die Masala. Jetzt ist die Hunde. Und die Schrauben im Arsch. Wir machen uns die Masala. Das ist die Masala. Was ist die Masala? Wir waren im Arsch. Die Masala, die Masala sind in der 07. Die Masala sind in der 07. Wenn jemand in der 07. Wenn jemand in der 08.000 ist, dann ist es. Wir müssen uns in der 08.000 sein. Wir hatten die Masala. Jetzt wird der Ruhm. Jetzt, wo der Ruhm wird? Es wird in einem Zeitpunkt starten. Es wird in einem Zeitpunkt. Es wird in einem Zeitpunkt. Also, wenn jemand ein wenig langer Distanz bleibt. Wenn jemand in Nathpur ist, dann kann er es fragen. So, Leute, Sie sehen, jetzt sind die ganze Muttern und Masalas mit Handi. Sie haben die Spezial Masalas benutzt. Die Handi wird jetzt benutzt. Sie sind benutzt. Wir müssen für eine Kalle. Sie werden bei einem kalle. Sie werden 15 Minuten auf unter der Öffentlichkeit gelegt für sie es nach 1 Stunde. Jetzt Haus der Kalle ist bereit. Sie sind in den Verchanten. Die Kalle gibt es in einem Kalle. Der Kalle gibt 200 Gramm Kalle. Sie befinden sich die Kalle aufz. Sie haben eine Kalle bei uns. ja wie viele pieces haben wir mit dem Motten? 300-400 Gramm in 200 Gramm 300-400 Gramm heute die die kleine, das ist es für die Menge ok so die sind die 300 Gramm die die Ahuna-Mutten die Champaran-Mutten ist so die 3-4 Gramm die sind 200 Gramm die Platt in diesem Platt das ist man kann man sehen, dass die Lassun die in Champaran-Mattang ist in dieser Stelle und die meiner Lieblings-Favorite ist auch in dieser Stelle dann testen Sie und zeigen Sie wie es ist. Freunde, die Lassun-Mattang ist in dieser Stelle die Lassun-Mattang die Lassun-Mattang muss man es zu essen. Die Lassun-Mattang muss man es zu essen. Wir sehen uns. Ich habe ein bisschen in der Videobeschreibung. Yummy. Ich kann Sie sehen, dass die Lassun-Mattang sind. Die Lassun die Lassun-Mattang Minervations-Mattang Sie haben die Lassun-Mattang Und in der die Lassun-Mattang Sie werden die Lassun-Mattang das ist wie wir sehen, dass sie ein bis 40 bis 40 Minuten haben, weil sie sehr gut gemacht haben, aber sie hat eine spezielle Masala, die heute ist, speziell ist sie von Bihar, weil sie von Bihar angekommen sind, weil sie ein bisschen anders ist, wenn sie einen Sao-Ji essen, wenn sie etwas anderes haben, wenn sie etwas anderes haben, das Tschüss.